Sieht total unent... Warum ducke ich mich eigentlich? Ich bin doch eh klein. Dich brauche ich. Komm wieder. Da bist du ja. Mein Taxi. Und drück BUUU. Ja, 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 ja. Komm was so. Oh je. Genau. Der muss jetzt natürlich genau im Weg stehen. Der muss jetzt genau im Weg sein, oder? Der muss jetzt genau im Weg sein. Ey, das ist so... Das hat dieser Bullet Bill doch extra gemacht. Wie habe ich ihn voll kaputt gemacht? Boah, wie habe ich das nur von gemacht? Wie habe ich das vorhin nur gemacht? Wie habe ich das vorhin nur gemacht? Das kriege ich noch in... Das kriege ich noch in... Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ja, wen wolltest du damit joggern? Wen, wen? Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ah, ich habe es gewusst. Dann erspare ich mir nämlich den großen hier. Komm wieder her. Ja, da bist du. Also das Level kann noch ziemlich weit nach oben scrollen. Und auf ein neues. Ja, jetzt geht es schon weitaus besser. Na ja, Rewinds for the win. Ich mache... Ich mache das anders. Wozu hat man denn zwölf Safe... Safe-Dingans? Und hier? Nein! Ich wollte es mit null safen. Scheiße! Äh... Jetzt kann ich... Jetzt muss ich von hier aus beginnen. Jedes Mal wieder. Das heißt, wir müssen darauf hoffen... Dass hier nichts Unfaires kommt... Wie man hätte den grünen Switch gebraucht. Genau! Genau! Könnt mich mal! Ich bin der Meinung, das muss man hier einsetzen. Nein! Hier brauchen wir bloß die drei Bullet Bills. So! Und wofür brauchen wir jetzt den P-Switch? Ja! Das sind jetzt eindeutig ein bisschen viele Bullet Bills! Billies! Whatever reicht! So! Rüber! Und... Ja genau! Und rein! 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 Und eine schöne Idee hatte ich auch schon! Sowas als Level! Hehe! Was? Leider hacke ich nicht! Von daher bleibt diese Idee... Von mir... Aus... Oh mein Gott! Oh mein... Gott! Sie werden... Aber was ich natürlich machen könnte, hoffen, dass ich durchglitsche. Aber ich glaube, nein, das wird nichts mehr. Bei Kaiser Mario habe ich es mir mal geschafft, mich da durchzuglitschen. Oh nein, der Abstand ist zu nah, zu gering. Zu nah und zu gering. Ich glaube, es geht beides. Aber das soll jetzt gerade nicht mein Problem sein, weil Rewinds im Arsch sind. Nein. Nein. Ja, es leckt natürlich auch. Verdammt, ich hätte doch wieder mit 60 FPS aufnehmen sollen. Ja, ich bin zu langsam. 200, 200. Ja, jetzt sprichst du nicht. Ja, jetzt duckst du dich. Willst du mich verarschen, auf dich zu ducken? Ja. 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 Ey, du sollst aufhören, dich zu ducken. Ja, ich glaube, ich habe es total vermasselt. Ja, spring nicht. Hä? Vorhin hat es doch auch geklappt. Ja, spring nicht. Warum klappt denn das nicht mehr? Vorhin, der ist ja gerade eben da raufgerannt, oder? Ja. Genau, alter. Spring nicht, spring nicht. Nein. So, von hier aus muss ich es schaffen. Oh, ist nicht wahr. Jetzt darf ich das nicht, oder was? Ja, es fängt natürlich jetzt noch an der Stelle auch zu lecken, Alter. Ja, genau. Jetzt stand ich genau unter der Pflanze. Ja. Das ist mal tatsächlich mal wieder einer der, zumindest für mich, der schweren Stellen in diesem geschissenen Hack. Ja, jetzt kommt wieder sowas. Ich meine, Musik ist da ganz interessant, aber warum springt ihr auf den letzten Wolken nicht? Ja, du setzt aufhören, nicht zu ducken, sondern springen. Springen, laufen, springen. Springen, springen. Ja, 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 nein! Oh, Mann! Ja, 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 ja Bis zum nächsten Mal.